Heute steht mit Sicherheit nicht mehr der Walfang im Hauptfokus der Umweltschutzorganisation. Ich denke, heute haben wir es mit ganz anderen Problemen zu tun. Nennen könnte ich zum Beispiel das Insektenstärken oder wenn wir so weitermachen, haben wir bald mehr Plastik in den Nähen als Fische. Und das, was uns das Element Wasser ganz passend zu diesem Stück sagt, ist, lassen Sie es uns angehen, lassen Sie uns gegen den Strom schwimmen, lassen Sie uns den Dingen auf den Mund gehen und wenn es sein muss, dann auch auf Unbequem legen. Lassen Sie es uns anfangen, vielleicht mit diesem Stück Rainbow Warrior. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020